Er ist der Leiter des Lehrstuhls für Neuroanatomie an der Ludwig-Maximilian-Uni in München und er ist der Stoßwellenexperte schlechthin. Das ist das, was ich angesprochen habe, was hier und da mal so ein bisschen weh tut. Deswegen ist es auch im Profisport ein ganz gefragter Mann und nicht nur national, sondern auch international mit ganz vielen großen Fußballclubs unterwegs. Und da macht er die Jungs so richtig fit. Freuen Sie sich also auf Prof. Dr. Christoph Schmitz. Ja, vielen Dank erstmal für die herzliche Einladung heute Abend. Für mich als Wissenschaftler eine ungewohnte Umgebung, aber macht trotzdem Spaß. Gibt es auch hier was auf der Leinwand? Wäre schön. Ja, da ist es. Da steht drauf, wer ich bin, was ich mache. Ich gehöre unter anderem in das Clinical Science Committee der International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Das ist so eine 10.000 Ärzteorganisation weltweit, die sich um alles, was rund um Stütz- und Bewegungsapparat funktioniert, so beschäftigt. Ich habe heute Abend keinerlei Interessenkonflikt, kann also frei reden. Ich mache aber nicht nur, ist ja eben schon angedeutet, Grundlagenforschung in meinem Labor. Ich bin auch weltweit unterwegs. 2012 war ich bei den Olympischen Spielen dabei in London. Nicht mit irgendeiner Mannschaft, sondern auf Einladung vom IOC, um dort Teamärzte, Teamphysiotherapeuten zu instruieren, was man noch während den Wettkampfbedingungen machen kann, basierend darauf, dass wir 2004 und 2008 in Peking und in Athen insgesamt 130 Patienten so eine Stunde vorher, zwei Stunden vor dem Rennen, vor dem Spiel am Tag vorher behandelt haben. On-site unter den Bedingungen der Olympischen Spiele. Viele haben dann anschließend auch Medaillen gewonnen und wir haben das wissenschaftlich aufgearbeitet, um zu gucken, wie gut wir mit dem sind, was wir tatsächlich machen. Ich komme nachher ganz kurz darauf zurück. Wenn man über Triggerpunkte generell spricht, dann ist ja schon angedeutet worden, dass das eventuell ein Mythos ist und den es überhaupt nicht gibt. Man muss dazu wissen, dass die myofaszialen Triggerpunkte so ins Gespräch gekommen sind, dass Janet Travell das erste dicke Buch darüber geschrieben hat und die war keine Wissenschaftlerin, sondern die war die Leibärztin von John F. Kennedy. Das heißt, das Ganze ist nicht aus der Wissenschaft primär gekommen, sondern, wenn man so will, von außen und dann gibt es immer Legenden und Mythen und alle diese Dinge. David Simons war ihr Co-Autor und der hat 2004, also schon wieder 14 Jahre, das war seine letzte Publikation, zusammengeschrieben, was man sich darunter eigentlich so denkt. Man hat also diese kleinen Knoten im Muskel, diese Spannbände und das Wichtige an einem Triggerpunkt ist, dass er nicht lokal einen Schmerz macht, sondern irgendwo hin fortgeleitet. Aber nicht mal so, mal so, sondern immer nach einem genau festgelegten Muster, das bei allen Menschen mehr oder weniger gleich ist und das so bis heute nicht richtig verstanden haben. Dann gibt es die aktiven Triggerpunkte, das sind die, die tun immer weh. Wenn Sie zum Beispiel Spannungskopfschmerz haben, das ist klassische Triggerpunkte der Muskulatur in Ihrem Nacken. Dann gibt es Latente, die tun nur dann weh, wenn man draufdrückt. Und das Ganze ist sehr, sehr kompliziert, ich gehe gar nicht aufs Detail, aber eins ist wichtig, ein Muskel, der permanent kontrahiert ist, kann nicht mit Blut versorgt werden. Das ist eine Binsenweisheit aus der Biologie und wenn das passiert, dann geht im Muskel irgendwas schief. Und dann scheinen irgendwelche Substanzen ausgeschüttet zu werden, die zum einen Schmerz machen und, und das ist das Abartige daran, den Muskel seinerzeit dazu stimulieren, sich noch mehr zu kontrahieren. Und dann hat man so einen Teufelskreis, aus dem der Muskel selbst nicht mehr rauskommt. Das ist die Grundlage, so denkt man sich's, für Triggerpunkte. Die erste Frage ist, können wir die sehen? Weil wenn wir nichts sehen können in der Medizin, dann interessiert uns das nicht. Die Antwort ist ja, das können wir mittlerweile. Dazu haben amerikanisch-chinesische Wissenschaftler eine Methode entwickelt. Das ist so eine Art Lautsprecher, der auf einen Muskel draufhauen kann. Das muss alles aus Plastik sein, weil damit legt man sich dann in die Kernspintomographie. Da darf kein Metall dabei sein. Und dann kann man tatsächlich, so sieht ein normaler, das ist der obere Trapeziusmuskel hier aus, und so sieht er aus, wenn man da Verspannungen hat, Triggerpunkte. Das kann man also tatsächlich sehen. Das macht aber niemand, weil 300 Euro, nur weil man einen Triggerpunkt hat, das ist zu teuer. Es geht auch ganz anders, indem man kleine Mikroskope baut, die so klein sind, dass man sie in einen Muskel reinstechen kann. Das können Sie hier sehen. Das Ganze ist also wirklich nicht größer als so eine Nadel. Auch das hat man versucht. Und dann kann man auch die Einzelteile des Muskels, die sogenannten Sarkomere, tatsächlich schön sehen, auch unter Bewegung. Warum machen wir das nicht in der Diagnostik? Weil es invasiv ist. Das würde nur unter ärztlicher Aufsicht gehen. Dazu müssen Sie einwilligen, hat Risiko und ist zu teuer. Und diese Mikroskope sind nicht verfügbar. Wahrscheinlich wird es diese Methode sein, die den Durchbruch bringen wird, die sogenannte Ultraschallelastographie. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Das müssen Sie beim Arzt selbst bezahlen. Zahlt keine Krankenkasse, ist auch nicht notwendig. Um was geht es dabei? Man hat ein spezielles Ultraschallgerät. Und dann stößt man den Muskel so an, dass er anfängt zu schwingen. Und dann können diese Ultraschallgeräte im Muskel unterschiedliche Elastizitäten zeigen. Sieht kompliziert aus, ist es auch. Bild kommt hier nicht so ganz schön rüber. Dazu müssten wir es verdunkeln. Was nicht geht, ist nicht schlimm. Sie sehen hier so farbcodiert von weich bis hart. Und Sie sehen, dass in diesem Muskel hier alles Mögliche drin ist. Auf diese Art und Weise kann man das mittlerweile machen. Da das nicht invasiv ist, nur ein spezielles Ultraschallgerät. Und dann entsprechendes Training derer verlangt, die das machen wird. Das ist wahrscheinlich die Methode sein, die sich in Zukunft durchsetzen wird. Was man aber gerne wissen möchte, ist, was ist da eigentlich los in so einem Triggerpunkt auf biochemischer, molekularer Ebene. Und das geht auch. Dazu hat man eine Methode entwickelt, mit der man so eine kleine Nadel in so einen Muskel sticht. Und da hängt dann ein kleiner, dünner Schlauch dran, so etwas Ähnliches wie bei der Nierendialyse, nennt sich Mikrodialyse. Und dann kann man die Substanzen, die an irgendeiner Stelle im Körper sind, gezielt rausholen und sich dann anschließend im Labor anschauen. Die Pharmakologen machen das seit langem, wenn die testen wollen, wie Medikamente durch die Haut zum Beispiel durchgehen. Das Verfahren ist ja so alt. Es war nur eine Frage, bis es auf die Triggerpunkte übertragen wurde. So sieht so eine Nadel aus, die ist sehr klein. Das ist ein amerikanischer, ein Cent, nur so ein Vergleich. Und dann, ich gehe da, mache es kurz, was findet man denn in so einem Triggerpunkt? Und jetzt wird es interessant. Grundsätzlich die blauen Kurven, das sind aktive, die gelben sind latente und rot, das ist normales Gewebe. Sie sehen zunächst mal, dass ein latenter Triggerpunkt sich nicht groß von der Normalsituation unterscheidet. Das ist das Gute. Das Schlechte daran ist, das sind nicht die, die wir merken spontan, sondern, ich hatte ja gesagt, die sind nur aktiv, wenn man draufdrückt. In den Aktiven, die immer wehtun, da ist allerdings molekular die Hölle los. Was Sie hier sehen, sind bestimmte Moleküle, die was mit Entzündungsreaktionen zu tun haben. Und die sind alle schön erhöht in solchen Triggerpunkten. Der pH-Wert in so einem Triggerpunkt ist abgesenkt. Das ist tatsächlich eine Situation, wie nennen wir Azidose, die kommt dadurch, dass kein Blut mehr reinkommt, passt alles gut zusammen. Und das hier ist für mich der wichtigste Befund. Das ist die Konzentration von Substanz P, haben Sie noch nie gehört, können Sie auch gleich wieder vergessen. Eine Substanz, die bestimmte Nerven, und zwar Schmerzfasern, nutzen, um ihre Botschaft zum Gehirn zu übertragen. Das Interessante dabei ist, dass wir die sehr genau kennen in der Wissenschaft. Diese Fasern machen nämlich etwas, was Sie alle kennen. Wenn Sie eine Mücke sticht, dann passiert Folgendes. Irgendwo in der Haut gibt es eine Irritation. Diese Schmerzfasern werden aktiv, es fängt an zu jucken. Und dann kriegen Sie so eine leichte Schwellung und eine Rötung. Das kommt daher, dass diese Nerven nicht nur ins zentrale Nervensystem projizieren, wie wir sagen, sondern direkt an die gleiche Stelle wieder zurück. Und da machen Sie mit der Substanz P die Aktivierung von sogenannten Mastzellen, können Sie auch wieder vergessen. Und die Mastzellen sind die, die Histamin ausschmeißen. Das kennen Sie alle vom Heuschnupfen. Und genau das passiert dann auch da. Das heißt, die Schwellung, die Sie normalerweise im Hals haben oder im Rachen, die haben Sie jetzt in der Haut. Die führt dann ihrerseits dazu, dass die gleichen Nerven wieder gereizt werden. Und dann kriegen wir hier auch so einen Teufelskreis. Das heißt, vom Prinzip ist so ein Mückenstich von Mechanismen her genau das Gleiche oder ziemlich ähnlich zu dem, was wir in unseren Muskeln als Triggerpunkte haben. Das Schöne ist, dass wir diesen Mechanismus auch aus anderen Stellen der Sportmedizin sehr gut kennen. Wenn das zum Beispiel am Periost passiert, also in der Knochenhaut oder da, wo Sehnen auf Knochen draufkommen, da ist kein Platz für sowas. Wenn Sie da eine Mücke stechen würde, dann hätten Sie in kürzester Zeit massivste Schmerzen, weil leichte Schwellungen, da wo kein Platz ist, kennen Sie vom Zahnwurzelabstest, genau das gleiche Phänomen, riesige Probleme macht. Und das Schlimme dabei ist, das hört von selbst nicht mehr auf, weil die sich selbstständig verstärken. Das ist das Abartige daran. Die Medizin spricht von der sogenannten Neurogenen Entzündung. Und genau das ist das, was hier wohl passiert und diesen Teufelskreis am Laufen hält. Das sind bestimmte Schmerzphasen, das sind nicht die, die für diesen hellen Schmerz zuständig sind, der unser Alarmsystem im Körper ist. Das ist, wenn Sie das Messer nachher in der Pause nehmen, sich in die Hand rammen. Das ist nicht der Schmerz, über den wir sprechen, sondern wir sprechen über diesen Spannungsschmerz, diesen dumpfen Schmerz, den man sich genau lokalisieren kann, der bei vielen Patienten mit einer emotionalen Komponente einhergeht. Manchen wird auch schlecht davon. Kennen Sie wahrscheinlich alles. Wenn Sie also jetzt eine Therapie entwickeln wollen gegen Triggerpunkte, dann müssen Sie diese vier Punkte komplett abarbeiten. Das Erste ist, Sie müssen den Schmerz, der von den C-Fasern ausgeht, reduzieren. Ohne das geht es nicht. Würde ja auch keinen Sinn machen, weil es uns weiterhin wehtut. Sie müssen den Muskel dauerhaft relaxieren. Nicht nur ein bisschen, sondern das muss lang anhalten sein. Sie müssen im Muskel diese Entzündungsreaktion hemmen. Wenn Sie das nicht machen, bringt es nichts. Ist nach einer Stunde alles wieder da. Und ganz wichtig am Schluss, zeige ich Ihnen dann noch, Sie müssen auch noch was an der Genexpression bestimmter Moleküle machen. Lubrizin, ein ganz wichtiges Molekül, wenn die meisten ich kenne, erkläre ich gleich. Wie machen wir das? Wir machen das mit Stoßwellentherapie. Ist ja schon angesprochen worden. Hat der eine oder andere vielleicht auch schon mal über sich ergehen lassen. Warum? Weil wir jetzt auch schon wieder vor 15 Jahren gezeigt haben, dass Stoßwelle genau diesen Mechanismus deaktiviert, indem es die Substanz P aus diesen Nervenzellen rausschmeißt. Wir können zeigen, dass wenn wir das an myofaszialen Triggerpunkten machen, das ist eine ganz junge Arbeit, dass wir dann den Muskel tatsächlich relaxieren. Wir können das mit dieser Ultraschallelastographie zeigen. Das hatte ich Ihnen gesagt, war wichtig. Wir können zeigen, dass die Stoßwelle dabei genauso gut ist wie der Standard, nämlich die Injektion von Lokalanästhetika, die aber nicht so lange anhält in der Wirkung. Das passt auch gut zu dem, was andere Wissenschaftler machen. Wir können zeigen, dass wir Muskeln tatsächlich dauerhaft relaxieren können. Das ist eine Studie, die habe ich in China gemacht, an einjährigen Kindern mit Spastizität, Cerebralparese, Riesenproblem, auch bei uns Botox nicht erlaubt bei diesen Kindern. Können wir mit der Stoßwelle wunderbar schön die Muskel relaxieren. Die können weitestgehend normal laufen lernen. Riesenerfolg für diese Kinder. Kommt vielleicht demnächst auch zu uns, ist in China fast schon Standardtherapie. Und wir haben Modelle im Labor, kleine Würmer, auf die ich jetzt nicht eingehe, die wir tatsächlich mit Stoßwelle beschießen können und dann zeigen können, dass die dosisabhängig tatsächlich sich weniger gut bewegen und mehr und mehr paralysiert werden. Das ist genau das, was wir brauchen, weil wir brauchen ja Modelle, an denen wir untersuchen können, wie das, was wir machen, tatsächlich funktioniert. Und jetzt nochmal dieses Lubrizin. Lubrizin ist, müssen Sie sich vorstellen, wie das Öl im Motor Ihres Autos. Da müssen ja viele gleitende Teile aufeinander gleitfähig gehalten werden. Wenn Sie es am Flughafen abstellen, fliegen drei Wochen in Urlaub, kommen später wieder zurück, ist das Öl noch da, Sie starten den Motor, alles okay. Dieses Öl haben Sie auch in Ihrem Körper, in den Sehnenscheiden und auf den Faszien. Das ist Lubrizin, ein Glykoprotein, bindet große Mengen Wasser. Kennen Sie auch noch, das ist Schule. Zwei Glasplatten übereinander legt, ein bisschen Wasser dazwischen, wunderbares Gleitmittel. Problem dabei ist, im Gegensatz zu dem Öl im Motor Ihres Autos geht das Lubrizin weg, wenn Sie sich nicht bewegen, durch Inaktivität. Und beim Spitzensportler reicht da ein oder zwei Tage und sofort ist die Genexpression teilweise abgeschaltet. Beim normalen Menschen dauert das ein bisschen länger oder die Level sind nicht so hoch. Der Spitzensportler merkt sofort, wenn er sich kurze Zeit nicht bewegt hat, und Lubrizin ist einer der Gründe dafür. Das heißt, Sie müssen wirklich ständig in Bewegung sein, damit die Genexpression richtig schön hoch ist, sodass Ihr Körper, ich drücke es jetzt mal etwas platt aus, ständig das neue Öl produziert, was Sie tatsächlich brauchen. Jeder, der schon mal längere Zeit eine Immobilisation hatte und weiß, wie weh es anschließend getan hat, wenn man sich wieder bewegt hat, weiß, von was ich spreche. Und das Gute ist, Stoßfälle kann genau das machen. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu ganz vielen anderen Methoden. Wir haben tatsächlich das komplette Spektrum drin und damit alle diese Kriterien erfüllt. Und da können wir es nochmal sehen. Das heißt, für die Jungs hier von TMX, es ist eine ganze Menge zu tun. Wenn man tatsächlich so weit kommen will, dass man auf gleichem Niveau spielt, das ist ja durchaus möglich, ich habe auch so ein Ding zu Hause, es scheint was zu tun, wir wissen noch nicht so genau was, aber es ist eine ganze Menge an Arbeit notwendig, um tatsächlich in den gleichen Bereich zu kommen. Ich mache momentan in der Fußball-Bundesliga aktive Wissenschaft zusammen mit diesem Verein, wo wir alle unsere Stoßwellengeräte stehen haben. Da war bis nächsten, bis morgen, nee, bis übermorgen war da noch ein Fünfter dabei. Der ist jetzt durch den da ersetzt worden. Aber das kann ja alles wiederkommen. Ich hoffe, Sie haben so ein bisschen einen kleinen Einblick in diese wissenschaftliche Welt bekommen. Die Quinte des Setzmannsvortrags ist, Triggerpunkte sind keine Mythen, wir können sie tatsächlich vernünftig angehen und sie gehören eigentlich auch nach ganz vorne in die moderne Medizin am muskulosgeletralen System. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.